Hau mal schön wieder ab. Äh, okay ihr seid lieb, gut. Alter. Ein paar haben einfach keine Gliedmaßen. Wie das aussieht. Habe ich jemanden verloren? Ne. Das sah irgendwie gerade so aus. Okay. Stellt euch hier runter, ich muss da hoch. Leute. Hm. Dorf. Ja. 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 Ist das schlau? Ah, das Wasser ist überall gleich hoch. Das heisst, ihr könnt mich hier hochschleudern. Dann drücke ich diesen Knopf, die Tür öffnet sich, ihr fangt mich auf. Hört sich doch nach einem Plan an. Nice. Danke sehr. Hallo Leute. Folgt mir mal bitte. Hier liegen einfach Körperteile. No! Ah, ein Spagat gemacht. Ja, die überleben es natürlich, aber ich nicht. Nee! Oh, manchmal die Steuerung. Wir müssen bloß ein bisschen... Nee, wieso? Ah, es tut weh. Ich möchte gar nicht runter von den Leuten. Alter! Und jetzt? Ich komme ja schon noch ohne irgendwie. Eigentlich geil. Ist das Kabel... Kann man das Kabel hier be... Naja, egal. Ihr fangt mich schon auf der Runde. Danke. Tschüss! So fies. Ah, so ein Lift. Ich hoffe, ich zerquetsche die jetzt nicht. Nee! Kann ich nicht irgendwie... Kann ich nicht irgendwie... Why? Oder könnte ich irgendwie hier raus? Wahrscheinlich. Ah, okay. Gut. Ich hätte es jetzt anders gelöst, aber... So geht's auch. Dann könnt ihr mich hier... ...hochheben. Damit ich an dieses Kabel komme. Hä? 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 Was hat mir das jetzt gebracht? Wie geht es jetzt weit? Wie geht es jetzt? Hä? Ich check's gerade nicht, was mich hier das bringt. Ich kann ja hier oben nichts machen. Wahrscheinlich bräuchte ich irgendwelche Leute hier oben, die mich zu diesem Teil hier hochschleudern. Oder, ähm... Ja... Wahrscheinlich... Irgendwie so. Achso, hier geht's auch noch lang. Ist das jetzt schlau, nur die Hälfte mitzunehmen? Äh... Ich weiss ja nicht. Wahrscheinlich spielt's keine Rolle. Weil sonst, ähm... Achso, okay, die kommen nach. Gut. Tschüss, danke für die Hilfe. Dann spielt's eh keine Rolle, wenn sie nicht mitkommen können. Das ist schon irgendwie so ein Testcenter oder Labor. Aber ich glaub, da läuft was nicht so gut. Und... Wenn Leute hier rumbrennen... Ein Telefon hängt runter am Hörer. Am Kabel. Nicht am Hörer. Am Kabel. Ehm... Warte hell. Hallo. Was läuft hier? Was? Schaut ihr euch an? Was ist denn hier? Was ist passiert hier? Was schauen wir uns an? Ich weiss nicht, was ihr euch anschaut. Lasst euch mal nicht rauskriegen. Ich mache hier gar nichts. Gut, dass der Junge so stark ist. Sonst wäre das Spiel schon längst vorbei gewesen. Lass mich raten, wir gehen jetzt dort hinein. In diesem Wasserkessel. Was schauen die sich dort an? Ich muss es wissen. Pssst, leise. Weiss, diesen Sprung überlebt er wieder. Aber andere Sprünge nicht. Okay, nach oben geht es nicht. Okay, dann runter. Schreibe ich dort drüber. Ich denke mal runter. Wir gehen so was von gleich in diesen Kessel rein. Was mache ich hier los? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich öffne einfach mal alles. Okay, man muss das wieder anschalten. Sehe ich das richtig? Okay, das sind die Hebel von oben. Das ist dann gut. Ich muss jetzt einfach loslassen. Vielen Dank.